Guten Abend. Zu den Produkten, die man besonders gerne und besonders sorgfältig betreut, gehört bestimmt das Brot. Auch bei der modernen Brotherstellung bestimmt immer noch das handwerkliche Können des Bäcks, was schlussendlich aus den traditionellen Rohstoffen Mehl, Wasser, Hefe und Salz entsteht. Nicht ganz grundlos sind Bäckermeister von Coop deshalb ein bisschen stolz auf die grosse Vielfalt von knusperigen Brotspezialitäten, die sie Tag für Tag anbieten können. In letzter Zeit wurde das künstliche Dinkelbrot neu entdeckt. Schon im Mittelalter hat man Dinkel als wertvolles Nahrungsmittel geschätzt und Huldegard von Bingen, die bekannte Klostergründerin und Äbtissin, hat die alte Getreidesorte sogar als Heilmittel beschrieben. Heute wird Dinkel vor allem im Emitau angebaut. Das robuste Getreide ist schädlingsresistent und man kann auf Spritzmittel und künstliche Dünger verzichten. Sicher ein weiterer Grund, beim nächsten Einkauf bei Coop ein Dinkelbrot zu verlangen. Ein Stück gesundes Dinkelbrot ist übrigens die ideale Ergänzung zum Salatbuffet, wo Sie mit der knackigen Salat La Salade von Coop im Handumdrehen aufstellen können. La Salade sind nach raffinierten Rezepten angemacht, es gibt nichts zu rüsten und keine Vorbereitungen. Und wegen praktischer, wiederverschliessbarer Becher sind La Salade ideal für den Mittagslunch im Büro. Auch die vierbeinigen Freunde kommen heute nicht zu kurz. Bei Coop gibt es jetzt nämlich Bingo Premium, eine portionengerechte V-Nahrung für mittlere und kleine Hunde. Das neue Bingo Premium in der praktischen Portionsschale ist mit Rind, mit Leber und mit Huhn erhaltlich und somit eine echte Alternative zum Frischfleisch. Wie immer macht Ihnen das Team der Studienkuchen jetzt noch einen Rezeptvorschlag. Guten Abend. Das heutige Rezept läuft wieder einmal unter dem Titel «A la minute». Das Gericht ist also auch bei Ihnen zuhause schnell bereit, nicht nur bei uns im Mittwochstudio. Die Schweinsmedaillon habe ich mit Salz und Pfeffer gewürzt, dann auf jeder Seite drei Minuten anbraten, nehme sie raus, lasse den Brotsatz mit Weisswein auf, aufkoche, in den Rahmen aufgelöstet Maizena, Senf und Honig dazugeben und abschmecken. Dann das Fleisch zurück in die Sauce legen und bevor es serviert wird warm werden. Dazu passen sehr gut die Pommes Rissolet, das sind Haartöpfelwürfelchen, die ich während 10 Minuten goldbraun braten habe. Es gibt sie bei Coop übrigens auch Tiefkühe zum Kaufen. Dazu würde ich einen gemischten Saisonsalat servieren und das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung dieser Woche. Hier noch ein paar besonders günstige Coop-Angebote. Die Bräter mit Spezialbeschichtung für Bachöfen und Mikrowellen kosten wie Coop nur 7 Franken. 100 Gramm Rippli geräuchert, offen oder vakuumverpackt gibt es für nur 2,60. 2,5 Kilo Gold und delicious Apfel für nur 5 Franken. Und 2,5 Kilo Nikolaherde Apfel für nur 2,30. Und das ist Coop-Bubiläumsangebot 3 Pakete Coop Birchemüsli für nur 4,40. Mit diesen Aktionsangeboten sind wir am Schluss für heute. Ich danke für das Interesse und auf Wiedersehen. Ich danke für... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke für die Einfachung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.